Warum ist Timmy böse geworden? Timmy hat sich vor ein paar Wochen auf der YouTuber-Insel plötzlich komplett verändert. Während er davor normal auf der Insel gebaut hat und friedlich war, hatte er plötzlich angefangen Dinge zu tun, die er davor noch nie getan hat. Und das Ganze ist dann eskaliert, als er Standardskills Villa komplett weggesprengt hatte. Aber warum ist das passiert? Warum ist Timmy überhaupt böse geworden? Nachdem Timmy vor ein paar Wochen neu in den Alpha-Clan gekommen ist, war er noch ganz friedlich unterwegs. Man könnte denken, er ist böse geworden, als er in den Alpha-Clan gekommen ist. Aber das stimmt nicht ganz. Denn als Timmy schon im Alpha-Clan war, waren er und Alpha-Stein am Anfang sogar noch eigentlich ganz nett. Und Timmy hat auf der YouTuber-Insel auch nichts Böses getan, sondern nur geholfen, Alpha-Clan-Banner zu verteilen und Dinge wie einen XXL-Alpha-Clan-Kopf auf das Kino bei der Krümelküste zu bauen. Aber vor fast drei Wochen hat sich dann langsam alles geändert. Denn Flauschi hat, nachdem der Alpha-Clan in der Krümelküste Banner verteilt hat und einiges hingebaut hatte, alle Mitglieder vom Alpha-Clan aus der Krümelküste verbannt. Das heißt, Timmy musste den Ort verlassen. Zu der Zeit haben sich Blackjack und Timmy auch die ganze Zeit gegenseitig geprankt und ihre Häuser mit irgendwelchen Sachen wie Lava und Bienen gefüllt. Kurz nachdem Timmy die Bienen von Blackjack aus seinem Haus entfernt hatte, hatte Timmy Alpha-Clan-A's vor das Haus von Blackjack gebaut. In dem Moment ist der Wife vorbeigekommen. Dort hatte er Wife HD dann mitbekommen, dass Timmy im Alpha-Clan ist und hat deshalb ein TNT gezündet, was einen der Buchstaben weggesprengt und ein großes Loch vor dem Haus von Blackjack gemacht hat. Er Wife hat Timmy dann Hausverbot in seiner Villa gegeben, weil er im Alpha-Clan ist. Nachdem das passiert ist, hat Timmy zusammen mit Alpha-Stein Schwarzpulver aus Wives Creeper-Farm geklaut. Timmy war dort schon gegen Wife, weil er den Alpha-Clan nicht mag und hat zu der Zeit aber auch gesagt, er will das Gute und meinte, dass der Alpha-Clan eigentlich nichts Böses will. Kurz danach hatten Timmy und Blackjack aber eine Auseinandersetzung und nachdem Blackjack sich darüber aufgeregt hat, was Timmy mit seinem Haus angestellt hat, ist er zu Timmy's Haus gegangen und hat ein paar TNTs gezündet. Eins davon hat fast Timmy's Hund getötet. Nachdem das passiert ist, hat Timmy dann auch in Blackjack's Haus gesprengt. Er ist also langsam aber sicher dazu gekommen, dass er auch mal TNTs benutzt hat. Der Beef mit Blackjack ist extrem ausgeartet und sogar Timmy's Yacht wurde etwas gesprengt. Das war aber nur der Anfang, denn plötzlich wurde Timmy's komplettes Haus von Standardskill und Touren gesprengt und das einfach so. Das hat dann Timmy überhaupt nicht mehr gepasst und er ist immer mehr eskaliert. Vor fast genau zwei Wochen, kurz vor der Sprengung, hat man auch gemerkt, wie sich Timmy's Stimme stark verändert hat. Dort hat Timmy dann, um sich für den Tod von seinem Hund und für sein komplett kaputtes Haus zu rächen, die ganze Villa von Standardskill in die Luft gejagt. Wenn man sich diese Geschichte so anschaut, ist es absolut verständlich, warum Timmy so geworden ist, wie er jetzt ist. Es ist klar, warum er dann immer mehr gesprengt hat und warum er weniger Leuten vertraut hat. Aber es stimmt natürlich auch, dass er viel zu sehr übertrieben hat. Aber was denkt ihr? Wird Timmy irgendwann wieder friedlich werden, so wie früher? Abonniert und jetzt Tschüss.